Jeder hat einen Herzschlag, darüber sind wir verbunden. Jeder muss atmen, den gleichen Atem des Lebens, ja auch, man sagt des Lebens oder des Gott einversorgt oder das Universum. Wir geben dem manchmal verschiedene Namen und streiten uns dann nur noch über die Worte oder wie wir was definieren, statt zu sagen, ist das Wort jetzt richtig oder dein Verständnis richtig, sondern dass wir einfach andersrum fragen. Also dass wir bessere Fragen stellen lernen. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Für Frieden auch. Dass wir sagen, okay, statt zu sagen, wo ist das große Problem, sagen wir, ägyptische Revolution oder wie geht es weiter, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir so viele Menschen, die ein Interesse haben für eine positive Zukunft, jetzt nehmen wir mal all unsere Gedanken zusammen, da ist so viel Genialität in der Luft und schauen, wie schaffen wir es. Dass wir alle zusammen helfen und kooperieren. Das ist auch mein Zeichen hier eigentlich. Dieses Together we can. Zusammen ist einmal auf dieser Karte, ich gehe es später auch noch rum, dass ich sage, einmal die Menschen untereinander, schwarz und weiß, man muss nicht immer sagen, das passt ja nicht zusammen. Schwarz und Schwarz und Schwarz nicht.